herzlich willkommen zu einem neuen video es geht weiter an der läuft wir sind noch immer am kleinen geheimnisvollen baldsee und pünktlich zum nachmittagsbeginn die sonne ist weg geht der nächste karpfen an ich habe euch ja im letzten video versprochen für alle die es noch nicht gesehen haben verlinke ich euch hier oben ich wollte was ändern wir sind seit gestern hier karpfenangeln gleich richtig gut los wir haben auf sehr attraktive instant köder gesetzt helle beulies in verbindung mit dosenmais da sind die fische sofort darauf angesprungen dann wollten wir natürlich noch probieren hier dem unbekannten gewässer dem mir komplett unbekannten gewässer ein paar raubfische zu entlocken das war bis jetzt echt schwer das heißt schwer keine aktion gehabt aber auch da haben wir noch was auf dem zettel drauf was wir probieren wollen aber beim karpfenangeln habe ich mir ein paar gedanken gemacht denn hier will ich ein bisschen was umstellen die aktionen sind gut alle ruten die wir bis jetzt gesetzt haben alle möglichen plätze die wir versucht haben sind am fisch gebracht und jetzt schaut mal also karpfen sind definitiv da aber ich wollte mal noch was probieren wir haben jetzt die meisten fische wie es gleich sehen werdet auf gelbe neon pop ups gefangen über dem mais bolliteppich also ganz wenig gefüttert aber wir wollen jetzt probieren noch irgendwie einen großen hier ans band zu bekommen schuppi ahoi schuppi hatte ich bis jetzt nicht froh hatten schuppi heute früh ich hatte bisher zwei spiegler und das ist der erste schuppi am schlafen mega jungs und mädels keine riesen fische aber deswegen sind wir auch nicht hier unbekannte fische die keine namen tragen die vielleicht noch nie gefangen wurden schaut mal wie der hier das 360 grad rick sich rein geballert hat kleiner schuppi der kann wirklich froh sein dass er mit wenig grad am ebro unterwegs ist in spanien da wäre es die perfekte ködergröße aber hier ein toller fang für den kleinen mittlerweile doch sehr geheimnisvollen baldsee mal gucken ob wir die hier noch ein bisschen von der größe her hoch schrauben können ich habe einen plan zeige ich euch gleich so schöner schuppi klein aber mein petri heil bloß wieder aus seinem mittagsschlaf erwacht und der nächste bewohner vom kleinen geheimen waldsee samtband dreimal dürfte raten ob was für ein köder die wollten doch jetzt größere fische fangen ja ich vermute das sind alles zwar keine riesen karpfen aber trotzdem alte fische hier betriebe dank eben am nachmittag der nächste fisch abgelaufen und ich habe euch ja gesagt ich wollte euch noch eins unserer neuen vorfächer zeigen wir wollen ein bisschen was ändern jetzt wir haben im ersten video wart ihr dabei eine route drüben an der insel spitze liegen relativ flach eine route hier drüben am ufer in holznähe hier drüben am ufer habe ich auf bodenköder gesetzt anfangs auf den schneemann hier liegt noch einer drin unten drunter ein skobutter bodenköder oben drüber ein halbierter pop up damit er sich schön aufstellt da kam auch auf diese bodenköder montage der bisher größte fisch der spiegelkarpfen am ersten morgen gleich aber richtig gelaufen sind die routen drüben an der inselspitze und die am waldhang hier wo der floh seine routen präsentiert hat die meisten fische kamen auf die 360 grad montage auf das sogenannte ronni rick ein auffälliger neon poppy über dem mais beuliteppich präsentiert aber halt auch sehr sehr viele kleine fische wir wissen nicht genau ob es hier wirklich große fische gibt die fische die wir fangen konnten waren relativ kleine karpfen aber trotzdem relativ alte fische da wo kein futter ist wo die fische nicht viel zu fressen finden stellen seit irgendwann ihr wachstum ein fische werden riesengroße gewässern wo ein hohes nahrungsaufgebot ist oder andere halt viel futter bringen ja nichtsdestotrotz wir haben im gewässer besitze hier gesprochen hat gesagt es sind auf jeden fall große karpfen da wer weiß wollen wir jetzt etwas ändern um die masse an kleinen fischen vielleicht etwas zu dezimieren was machen wir klar wenn ihr einen futter teppich draußen habt oder ein futter platz der gut anläuft oder ein spot wo die karpfen drüber laufen wo so ein pop up obendrauf rumwedelt fällt er natürlich als erstes mit den fischen auf und wird direkt attackiert wir werden jetzt die ruten die methoden etwas tauschen also auf den spot wo wir bisher mit grundködern geangelt haben kommt der poppy jetzt zum einsatz und auf den spot der so richtig krass läuft wo wir drei vier bisse kriegen innerhalb von kürzester zeit da werden wir jetzt auf den bodenköder setzen einfach um zu versuchen vielleicht wenn ein großer fisch mit dem rudel der kleinen fische rum schwimmt der drückt die weg er will mehr fressen als die so den großen den einzelgänger vielleicht hier am waldsee abzugreifen und ich habe ein ganz spannendes vielleicht auch für euch spannendes bodensystem hier im einsatz gehabt im vorderen bereich eine weiche geflechtsschnur der hintere bereich bis zum blei hin ein steifes mono der köder liegt ganz normal am grund eine ganz aggressive hakenstellung fisch saugt den beulie an haken hängt ja fast waagerecht unter dem beulie saugten ein rennt gegen dieses blei auf der verbindung von der mono zu der geflochtenen zu dem sogenannten kombi vorfach habe ich so einen leichten bleikern drauf geschoben da könnt ihr ein knipsblei nehmen oder ihr könnt auf jeden fall so tanks nehmen dieses knetblei zeug gibt es ja viele verschiedene möglichkeiten ich will euch jetzt nur in kurzen schritten mal zeigen wie ihr dieses system einfach und schnell also diese verbindung von der geflochtenen auf die monophile schnur da gibt es keine fertig vorfächer wir das ganz einfach und sicher schnell zusammenbauen könnt ich nutze hier 35 clips flukarbon schnur für den geflochtenen kern vorne das cortex material und als haken kommt zum einsatz der baked x in der größe 4 als allererstes montiert ihr jetzt die geflochtene sektion von also den weichen bereich hierfür zieht ihr euch von eurer spule gute zehn zentimeter runter in dem fall ist das ummantelt das vorfach die ummantelung ziehe ich mir einfach schnell ab damit ihr ein bisschen was zum bauen habt so jetzt bestimmt ihr als allererstes euren hakenabstand zum ködern ich mache jetzt hier oben einfach schnell eine schlaufe rein easy going überhaupt kein großes hexenwerk zack überstehende ende wird abgeschnitten da zieht er jetzt euren köder auf aktuell nutzen wir auffällige proteinreiche sco butter boilies die instant sehr gut funktionieren instant bedeutet ohne vorheriges füttern in einer auffälligen farbe fixiert euren beulie mit einem beulie stopper zack so jetzt kommt euer haken zum einsatz hier gehe ich jetzt mit dem geflecht durchs hakenöhr ich wähle ein bisschen größeren abstand aus so dass auf jeden fall zeigefinger gut zwischen köder und dem hakenbogen unten platz hat jetzt mache ich folgendes ich wickele dreimal nach hinten spreize dann den beulie weg und wickel dreimal hinter dem haar weiter und gehe jetzt mit dem ende der geflochtenen durch das hakenöhr nach vorne zurück und habe eine ganz perfekte aggressive verbindung haken steht selbstständig durch diese wickelung dreimal übers haar dreimal unter dem haar und dann wieder zurück durchs hakenöhr schön vom köder ab und habe ein bisschen größeren abstand gewählt um vielleicht es zu schaffen dass ein kleinerer fisch den ansaugt wieder ausspuckt aber ein größerer fisch hier perfekt hängt eure geflochtene sektion ist jetzt ready jetzt nehmt ihr euer fluorocarbon für die verbindung der steifen sektion der mono des fluorocarbon auf das geflecht lege jetzt hier eine schlaufe schlaufe legen ruhig nach vorne ein bisschen zusammenstraffen gehe jetzt mit dem geflecht von unten nach oben durch diese mono schlaufe und entscheide mich jetzt gleich für die länge der geflochtenen zone auf mein steifes material möchte ungefähr so 56 cm haben fixiere das ganze jetzt und wickel das abgehende ende der geflochtenen jetzt sieben mal schön eng zurück über diese mono schlaufe schön eng aneinander legen 1 2 3 4 5 6 7 fixiere jetzt diese zurückgelegte wicklung der geflochtenen mit meiner linken hand und gehe jetzt mit der geflochtenen im gleichen weg zurück in gleicher richtung austreten aus der schlaufe jetzt fange ich an das ganze vorsichtig zu straffen schiebe mit der linken hand nach und ziehe den ganzen knoten jetzt so zusammen nachschieben ziehen nachschieben ziehen ihr habt eine ganz perfekte verbindung von dem steifen bereich auf euren vorderen bereich auf die geflochtene sektion die schön weich und flexibel ist übrigens auch ein tolles vorfach für das werfen vom ufer dass ich nichts verwickeln kann weil die mono vorne im vorderen bereich ist sehr verwicklungsfrei lässt sich schön schleudern und der vordere bereich trotzdem noch schön weich und flexibel so das ganze spanne ich jetzt mal kurz hier an meiner schere ein ziehe es richtig schön nach dass sich der knoten richtig schön zu zieht nachschieben hier ein bisschen bombenfest die überstehenden enden könnt ihr jetzt hier abschneiden ich lasse da immer noch ein kleines stückchen überstehen ihr könnt das vorfach jetzt so schon einsetzen ihr könnt hier noch ein stück tube oder schrumpfschlauch drüber schieben über den knoten das ist ein optischer effekt dann im endeffekt aber wird den fisch nicht großartig stören oder euch jetzt hier noch einen bleikern draufsetzen damit der fisch beim ansaugen eures boilies schon den ersten hakeffekt bekommt wenn er den köder wieder ausspucken will und dann rennt er gegen das hauptblei und dann hängt er ich zeige euch jetzt mal die bleimontage anhand von diesem knetblei wir fischen auf dieser rute ja kein pop-up sondern einen normalen bodenköder also braucht ihr jetzt nicht irgendwelche irrsinnigen mengen an blei legt er jetzt einfach über diese knotenwicklung knetet es euch schön an und da habt ihr schon den ersten effekt beim ausblasen des köders geschaffen dass der haken schon mal im karpfen maul fast so sieht es jetzt aus euer kombi vorfach bestehend im vorderen bereich aus einem weichen geflecht für schöne bewegung des boilies wenn der karpfen den köder ansaugt und im hinteren bereich die steife sektion die euer vorfach perfekt schützt für irgendwelchen hindernissen bäume muscheln alles mögliche was da am grund rum liegt und das vorfach auch schön streckt hier im hinteren bereich seid ihr jetzt natürlich frei in der wahl ob ihr ein pop-up drauf setzt ob ihr einen schneemann drauf setzt oder wie wir es jetzt aktuell machen nur einen einzelnen bodenköder auf die fläche wo wir das futter bringen und wo die karpfen bisher richtig rasant abgegangen sind wir fahren jetzt raus bereiten die plätze noch mal vorlegen die route noch mal neu ab bis in den nachmittag rein jetzt war ja gut action drückt uns die daumen für die letzte nacht dass da vielleicht noch ein dicker urbewohner hier von dem waldsee ans band kommt morgen früh will ich auf jeden fall noch mal raus und probieren raubfisch zu fangen das war bisher ziemlich zäh aber dranbleiben abgerechnet wird zum schluss ab geht's rausfahren ruten setzen daumen drücken so abfahrt auf geht's in die letzte nacht hier am waldsee das war�� weilz high das war das war hier und hier ganz hier hier ci Musik Der aktuelle Film wird von folgenden Angelläden präsentiert. Musik Hier bekommt ihr alle brandneuen Produkte, ein super Preis-Leistungs-Verhältnis und eine fachmännische Beratung. So, ich bin mal gespannt, ob der Futterplan, oder was heißt der Futterplan, der Umlegeplan der Routen, ein paar größere Fische bringt. Da werden sie sein und müssen sie nur anerkriegen. Weiter geht's. Da geht's abends weiter hier. Oh, der ist glaube ich auch nicht schlecht. Oh, der ist besser. Alter Falter, der Wahnsinn hier am Waldsee geht weiter. Musik 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 Petri Heil, junger Mann. Peter, danke. Weiter geht die wilde Fahrt. Wenn die hier mal wachsen würden. Schöne Fische. Musik Was macht sich denn da zu schaffen? Das neue Rig liefert, glaube ich. Komm. Jetzt geht er. Die Bremse ist sehr fest eingestellt. Schöne Fische ist fest. schon wirst du holen und raus fahren auf geht's hinaus auf den kleinen Waldsee hier wir wollen ja auch keine Fische verlieren aber komplett fest war ein ganz komischer Biss wie gesagt gibt halt viele viele Hindernisse hier im Gewässeruntergrund ich ziehe mich jetzt langsam ans Hindernis ran das spannende ist ja jetzt dass es genau die Route ist wo wir das neue System jetzt drauf haben unser Kombivorfach im vorderen Bereich steif im hinteren weich den Popup haben wir hier weggenommen um vielleicht an größere Fische ranzukommen schauen wir mal eigentlich war es relativ sauber abgelegt ja gespannt jetzt ich lasse mal die Schnür hier in die Hand jetzt kommt eben raus Fisch ist frei ihr glaubt es nicht ihr glaubt es nicht wie wenn die Fische hier in irgendwelchen alten Baggerkühlen hängen in irgendwelchen Kieskanten ich kann mal dürfte raten was es ist dann greife ich mit der Hand das System hat perfekt gehakt ein kleiner Graser hat den Bodenköter hier aufgesammelt unglaublich aber wahr mit der Hand gelandet so der darf direkt zurück der hat das Maß noch nicht hier seht ihr nochmal das neue Vorfach vorne der weiche Bereich das kleine Blei und dann der steife Bereich perfekt gehakt aber ich hab halt gedacht dass durch diese Bodenköter jetzt vielleicht dickere Fische kommen so ein Poppy fällt natürlich sofort auf und wenn die Kleinen zuerst auf dem Futterplatz jetzt hier sind grasen die alles ab mal sehen weiter geht's Alter Falter auf die zweite Nacht kommt richtig Fisch soll ich die andere Rute absenken was ist das? keine Ordnung das ist kein Kaffee die Graser drehen durch in riesigen Größen man glaubt fast es wäre ein wie nennt er das Eitel? Eitel so kleine Graser hab ich noch nie gesehen wie wenn wie wenn die hier verboten würden unglaublich aber wahr sieht aus wie ein Döbel oder ist ein Graser oder ist ein Graser? höch drühe höch drühe lass ihn wachsen alter Falter unglaublich bei mir zu Hause gibt es Graser die sind keine Ahnung 20 mal so groß und schwer aber wahrscheinlich hier in dem kleinen geheimen versteckten Waldsee haben sie nicht genug zu fressen und dann bleiben die in dem Stadium aber besser ein kleiner Graser als gar kein Graser bis gleich bis zum bis wird nicht mehr lange dauern was ist heute Nacht hier los? das schaut wieder aus wie so eine Graser Attacke die Graser drehen jetzt durch hier eine kleine Waldsee wo kommen die ganzen Graser her? ich glaube das ist auch wieder so ein spritziger Kamerad hier da gibt es doch gar nicht wieder Graser Alarm wirklich verrückt jetzt haben wir den Platz gewechselt also mit den Vorfächern hier nah an den Bäumen den Poppi und draußen drüben an der Inselspitze den Bodenköter und die Graser drehen durch unglaublich aber wahr Graser Alarm ohne Ende heute Nacht die zweite Nacht hier am verrückten Waldsee und die Graser kommen aus ihren Löchern Wahnsinn der nächste es nimmt kein Ende heute Nacht das Winger ist durchgefallen dann Spann mal kurz nach ja Vieches drauf zum Gubbe Graser Party weitergehen Da juckelt was am Ende. Unglaublich, unglaublich, was hier abgeht. Dosenmais und Skobutter. Und das Rig, die Jungs und Mädels, was wir vorhin zusammen gebaut haben. Ein Spiegler. Ein schöner Spiegler. Unglaublich. Seht ihr hier, wo der hängt? Zack. Baut das System mal nach. Wunderschöne kleine Spiegler hier aus dem Waldsee. Nimmt kein Ende. Ich bin mal gespannt, wann die Graser wieder aufwachen. Die werden noch kommen. Petri Heil. Alter läuft das Ding, Floriano! Heute Nacht schlafen wir nicht. Vielleicht hast du jetzt das Monster hier vom Waldsee dran. Das ist auf jeden Fall besser, wie wir hier sind. Wir machen einen schönen Tag. Ich bin mal nicht so. Das ist so. Abonniert das Ding, Floriano. Das ist so. 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 Wahnsinn, Wahnsinn hier am Waldsee. Weiter geht's. Und abfahrt aus dem Schlafsack raus. Nimmt kein Ende. Nimmt kein Ende heute Nacht. Ich mag Grasen. Die Poppys bringen Grasen ohne Ende. Nimmt kein Ende mit den Grasern hier. Unglaublich was hier los ist. Alter Falter. Stehen auf die Poppys. Petri Heil. Bei mir am Rhein oder am Neckar wird man Döbel dazu sagen. Fahrt hingelegt, läuft die nächste Route. Fallbiss. Seht ihr wie der Swinger runter geht. Und Action. Fischer an. Hier wieder unser Kombivorfach. Mit dem wir eigentlich die Dicken fangen wollten. Ein paar weniger hektische Kopfstöße der Fisch. Vor fünf Minuten eben den Graser abgeschöpft. Fisch. 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 Der ist ein bisserl besser jetzt. Der ist ein bisserl besser. Der ist ein bisserl besser. Der ist eine kleine Mitleid. Na komm, da ist ein Stück Nebel hier auf dem See. So, der kann sich nochmal wieder sehen lassen, ein besserer Spiegler, ein schöner Spiegler, mega, verrückt, wirklich verrückt, absolut verrückt. Nicht einer der größten Fische, die wir bisher hatten, auf unser Kombivorfach, was wir heute Mittag zusammengebaut haben. Schlag auf Schlag. Moin, moin. Was für eine kurze und fischreiche Nacht. Ich bin noch hundemüde. Da ist, glaube ich, noch jemand müde. Hey, guten Morgen. Ich finde, ihr habt euch heute Nacht irgendwann zu mir einen Schlafsack geschlichen. Es ist nochmal richtig kalt geworden nachts draußen, also richtig frisch, im Gegensatz zu den hohen Temperaturen tagsüber. So, ich bin früh wach, denn wir haben hier noch eine Rechnung offen. Ich will auf jeden Fall jetzt nochmal die richtig zeitigen Morgenstunden versuchen, hier einen Raubfisch ans Band zu bekommen. Auf geht's, der frühe Vogel. Das ist doch herrlich, oder? Die Sonne geht da hinten auf, blinzelt hier durch die Bäume durch. Die Vögel zwitschern. Katzenbruten habe ich jetzt schon mal reingeholt, nach der actionreichen Nacht. Von der Bissfrequenz, von der Spätzchenvielfalt, Graser, Schuppies, Spiegler, hat das hier schon ganz schön gerockt. Hat es mega Spaß gemacht, an dem kleinen Waldsee hier. Es müssen nicht immer Riesenfische sein. Hauptsache, es geht was an, vor allen Dingen in neuen, unbekannten Gewässern. Solche Fische zu fangen, die wahrscheinlich in ihrem Leben noch nicht oft einen Angelköder gesehen haben, ja. Oder am Angelhaken waren. Ist schon geil, macht schon Spaß. Und es kann ja alles passieren. Und jetzt versuchen wir noch, einen Räuber hier ans Band zu bekommen. Abfahrt. Wir haben jetzt schon einige Köder hier durchprobiert, aber bisher keine großen Anzeichen von Raubfischen. In den Abendreihen haben wir geangelt, Mittagszeit haben wir geangelt. Und jetzt noch die Morgenstunden mal probieren. Normalerweise müsste es ja knallen. Jetzt vor allen Dingen Anfang Mai, die Fische haben geleicht. Vielleicht die lange vorherige Kaltwetterphase, dass die Räuber noch ein bisschen hinten dran sind. Wer weiß, aber die Karpfen stehen ja auch voll drauf. So, was machen wir? Meine Goldschleie, da habe ich mega Vertrauen drauf. Forelle hier, ein Replicant. Hardbaits. Oder was ganz Natürliches. Ja, vielleicht gehen wir mal auf ein natürliches Dekor. Nicht so groß. Wer weiß, was hier zur Hauptnahrung der Hechte gehört. Aber jetzt, wo die Sonne noch nicht so richtig durchkommt, werde ich mit der orangenen Schleie starten. Die fällt richtig gut auf im Wasser. Und hat schon ein paar Mal gut performt. Schön langsam reinholen. Läuft richtig schön im Zickzack. Aufs Boot zu. Ja, wieder Grundkontakt. Ziemlich viel Totholz liegt hier im Uferbereich. Fällt halt alles rein, holt keiner raus. Aber dort, wo das Holz ist, sind natürlich auch in der Regel die Räuber. Echt wunderbar, keine Menschenseele hier. Außer Finiflo nicht. Das einzige, was mich so ein bisschen wundert, Habe es im ersten Video, glaube ich, schon mal gesagt, dass kein Barsch oder irgendwas mal hinterher kommt. Ja, dass keine Barsche hinterher kommen. Weil die hast du ja oft als erstes in solchen wilden Gewässern drin. Oftmals verbuttete Bestände. Aber auch die kleinen Barsche zeigen dann relativ schnell Interesse an irgendwelchen Kunstködern. Und schwimmen auf jeden Fall mal hinterher und klotzen, was da los ist. Das konnte ich bis jetzt hier überhaupt nicht erkennen. Wir können mal sehen, wie schön die läuft. Also da stehen Hechte drauf, definitiv. Schon unter leichten Zug, beginnt die schön hinten zu tänseln. Bis dann! Fisch! Da ist er doch, der Erste! Oh, er hängt ganz knapp, hängt ganz knapp. Uiuiuiui. Hängt ganz knapp, du Kollege. Jawoll! Mega! Mega! Schaut mal hier rein. Woll der Hamm. Hängt knapp, aber hängt. Auf Goldi ist Verlass, Goldi liefert. Manchmal mehr, manchmal weniger. Kommt halt immer drauf an, was da ist. Schöner Hecht hier aus dem kleinen verwilderten Waldsee. Mega! Schaut mal, da ist er, Petri Heil. Der kann sich doch schon mal sehen lassen. Auf Goldi ist halt doch Verlass. Mal gleich weg den Haken hier. Zum Glück hängt der untere Drilling nicht. Zack, zack. Mega! Äbt ja, wop, wop. Hier kann man nicht mal in Ruhe auf Hecht angeln. Flo hat geschrien, Fisch, und der Fisch ist irgendwo ins Holz reingeballert. Jetzt probieren wir Folgendes, ich mache langsam, ich halte es raus und gucke, ob ich über die Schnur den Fisch befreien kann. Alter Falter, was ein Wahnsinn. Es geht Schlag auf Schlag hier am kleinen Waldsee. Gerade eben angelegt. Ganze Hechtgedön sind natürlich noch drin. Aber wer weiß, vielleicht, das ist ja unser erhoffter Bitbisch, jetzt hier aus dem Waldsee, kurz vor Schluss. Heute Mittag geht's heim, waren zwei Megatage. Früh noch einen schönen Hecht gekriegt, vielleicht jetzt noch den Karpfen. Eins ist auf jeden Fall Fakt, eins dürft ihr nie machen. Beim Uferangeln, wenn eben so ein Fisch irgendwo reinschwimmt, kann ja immer passieren, wenn viele Hindernisse im Wasser sind, nicht einfach vom Ufer ziehen. Wenn ihr natürlich kein Boot habt, habt ihr keine anderen Möglichkeiten. Beim warmen Wetter kann man vielleicht, wenn die Entfernung zu groß ist, mal hinschwimmen, irgendwas probieren. Aber wenn er zieht, dann passiert oft der Fischverlust, also der Abriss. Auf jeden Fall haben wir ja ein kleines Boot dabei, ich muss jetzt mal gucken, ob ich die Schnur irgendwo finde. Hebt mal an ein bisschen, vielleicht können wir uns so befreien. So, jetzt fahren wir eine andere Schnur zum Hindernis. Ja, wir haben halt auch die Bisse, die kamen, kamen halt in unmittelbarer Ufernähe, über hängenden Bäumen, also ganz dicht am Ufer geparkte, auffällige Skobutterbeudis oder die Poppys halt, ne. Ein bisschen kurbeln. So, wie man das befreien kann, dann müsste Flo halt im Ufer drillen. Da ist kein Kecher dabei. Da habe ich gleich probieren können, den Fisch hier abzukechern, wenn überhaupt noch dran ist. Aber da seht ihr ja jetzt hier das Areal da hinten, ne. Hier lag die Rute. Da geht es natürlich auch schnell, dass der Fisch das Hindernis erreicht. So, vorsichtig jetzt mal. Du schlagst nur drauf. Irgendwas wird frei, irgendwas habe ich bekommen. Jetzt geht es hier nur nach außen. Hier kommen die ersten Bäume hoch, die ersten Äste. Aber ich glaube, siehst du, seht ihr, hier ist er einmal drum geschwommen. Boah. Till mal, aber frei ist. Fisch dran. Fisch ist drauf. Peter, der kleine Ast, hat schon gereicht. So, jetzt muss ich Gas geben. Überheizen. So einfach kann es dann sein, ne. Ach so, ein Ast. Ein starker Ast, noch ein grüner Ast. Aber wenn da halt der Fisch drum schwimmt, ist da keine Chance zu befreien. So, gib mal Gas. Hält der Flo noch beim Kächern. Eieieieiei. Es artet hier richtig in Arbeit aus. Mit unserem letzten Morgen. Aber das wird doch jetzt der perfekte Abschluss, oder? Vielleicht der Flo noch ein schöner Karten. Ich fuhr in den Hecht. Alles im Kasten. So, Kescher haben wir parat. Lampen Rude runterlegen. So, schauen wir mal. Und keiner von den ganz Kleinen. Guckt mal, wie schön der seinen Kamm stellt hier. Schöner Schuppi. Und für uns, glaube ich, jetzt der perfekte Abschluss. Das perfekte Ende dieser tollen Zeit hier an dem kleinen, geheimen, versteckt gelegenen, verwilderten Waldsee. Es war eine tolle Zeit. Hat mega Spaß gemacht. Riesenspannung lag in der Luft. Konnten tolle Fische fangen. Hier kamen zwar jetzt nicht die Mega-Giganten, aber das ist gar nicht so wichtig. Ich war schon an vielen riesigen Gewässern gesessen, tagelang ohne Biss. Bei der Jagd nach Riesenfischen. Hier hat es gut geknallt. Die Fischgrößen waren sehr real. Aber das ist ja oft so an so kleineren Gewässern. Wenn nicht viele Angler unterwegs sind und nicht viel Futter irgendwo eingebracht wird, warum soll dann ein Karpfen plötzlich 20, 30 Kilo haben? Ja, das ist Quatsch. Die Fischerei war sehr abenteuerlich, abwechslungsreich. Wir konnten alle möglichen Karpfenarten fangen, die es eigentlich gibt. Graser, Spiegler, Schubis. Der große Ausnahmefisch hat gefehlt. Ob er da ist, weiß man nicht. Das wird weiterhin natürlich ein Rätsel sein. Vielleicht kommen wir auch nochmal zurück und probieren es nochmal ein bisschen später im Jahr. Aber es hat auf jeden Fall mega, mega Spaß gemacht. Es müssen nicht immer riesige, kapitale Rekordfische kommen. Auch sowas macht mega Laune. Vor allen Dingen, wenn man vorher nicht weiß, was auf einen zukommt und dann der Plan so aufgeht. Schlaflose Nächte. Spannende Drills. Eine wirklich abenteuerliche, atemberaubende Kulisse hier in der Einsamkeit. Mitten im Herzen von Deutschland. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Probiert es aus. Haltet die Augen offen, ob ihr kleine versteckte Seen findet. Da erlebt ihr auf jeden Fall eine spannende Fischerei. Bis zum nächsten Video. Alles Gute für euch. Euer Stefan. Ciao, ciao.